10 Uhr morgens, ich geh mit der Gang raus. Freestyle direkt hier aus dem Penthouse. Normalerweise chill ich da im Badestuhl und bekomm Props dann von dem Schwan im Pool. Du kriegst Schiss und holst dann die Kripo. Und wen hol ich? Mein Onkel Tito. So sieht's aus, Mann. Du kriegst einen krassen Box und dann fliegst du direkt hier vom Dachgeschoss. Ja, Mann. Du kriegst einen bösen Punch. Pommelst dann rum, als hättest du hier Höhenangst. Also mach nicht so auf Rambo, du Gringo. Oder wir treffen uns in Santo Domingo. Aber ich tu nicht so, als ob ich unser Störber bin. Denn mich fickt schon der Fraß hier vom Burger King. Ja, so sieht's aus. Das muss ich zugeben. Trotzdem werde ich auf dich und auf deine Crew treten. Yeah. Mach mal keine Faxen. Denn du weißt, mein Onkel kommt und wird dich danach klatschen. So sieht das aus, Mann. Das kannst du mich ertragen. Du hast keine Ahnung. Hier draußen auf den Straßen. Yeah. Ich bleibe am Start. So sieht das aus. Kick die geileren Parts. Deine scheiß Rapper. Hol sie ran. Ich branne sie. Nach wie vor bin ich hier. Top 10 Germany. Yeah. Was geht ab? Was geht ab?